Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Heute geht es um Clear Sky und zwar um den Challenge Mode und ich kann euch sagen, er ist geschafft. Ich habe das vorhin mit ein paar Kumpels gemacht und lief auch ganz gut. Ich werde euch gleich im Anschluss mal den Bereich von Columbus Circle zeigen. Den vorderen Bereich, den werde ich weglassen, damit sich das Gameplay hier nicht zu lang zieht. Ist im Grunde auch genau das gleiche wie auf Schwer, von daher werdet ihr nichts verpassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und genießt die Show. Ich will halt direkt den Sniper-Techniker nehmen. Vielleicht auch nahe noch dran, dass ihr mir den Devlink geben könnt, weil ich denke fast von der Range her könnte zu groß sein, oder? Er steht ja dann rechts, er ist bei dir in der Nähe. Ich bin direkt bei dir in der Nähe. Gut, ich glaube ich fahre jetzt erstmal zum Laptop. Laptop wird aktiviert. So, wer macht den Ersten? Jetzt kannst du anmachen. Machst du. Ja, siehst du, ich habe den Devlink. Ja, ich mache den Zweiten, habe ich doch gesagt. Achso. Wer macht denn den Ersten? Der Zweite war sozusagen der Erste. Was heißt, der Zweite war der Erste? Ja, ich dachte, ich dachte auch, er macht ihn selber an, deswegen. Ja. Achso, okay. Und? Weil ich hatte mich nämlich schon da oben hin positioniert, damit ich ihn... Ne, lass doch, wir sind doch eh vorbei. Wieso, ist er drinne? Achso, ist er drinne. Ich habe es jetzt mit eben gemacht. Bleib, 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 bleib. Ja, sonst müssen wir auch erst wieder warten, bis die... Okay. ...die Links wieder da sind, ne? Ich habe meinen nicht gebraucht, oder? Ich habe meinen nicht gebraucht. Ich habe jetzt nur meinen genommen, um das Ding da durchzutragen. Ja, ich dachte, ich werde jetzt normal anfangen. Wir können jetzt direkt rechts durchgehen und den nächsten mal. Oh, Schrottis. Na, dann lass zusammenlaufen vielleicht manchmal. Ich war nicht. Hätte ich nichts dagegen, weil dann habe ich den Link. Na komm, dann mach. Weil ich bin jetzt allein, hier habe ich keinen Link. Dann könnte er mir meinetwegen zwei Links geben, dann kann ich nämlich gleich komplett durchlaufen. Na ja, kriegt doch noch einen Plan. Oh Gott, alle schießen durch. Also ich mache den Zweiten, wer gibt den Ersten jetzt? Ja, ich. Okay, hat ihn erreicht, gut. Oh oh. Hinter der... Oh, na ja, mit der zu viel ist. Also auf hinter... Ist raus? Ja. Ja, und jetzt in die Mitte gucken, ne? Das müssen wir haben, bitte clear, ne? Das ist ganz böse, viel. Nimm los. Haben wir noch einen Dritten? Ja. Richtig den. Alter. Ich glaube, ich glaube nicht. Stetig. Wir haben jetzt wieder links, oder was? Ja. Links rüber, okay. Gau, gau. Hört zum Haus, ja. Ja. Gucke, dass ich den Laptop möglichst schnell gleich jetzt noch drücke. Aber ein gigant großes Risiko ein, ne? Nö. Nächstes noch ein Sniper. Okay, ich guck mal. Oh, da kommt Dicke über... über den... Zweit Dicke. Oh, da kommt der Bistow, da kommt der Bistow. Und jetzt kommt der Bistow. Oh, da kommt der Bistow. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dicke, dicke, dicke. Der macht mich rund. Hatten wir noch einen Deathlink? Ne, ne? Ne, haben wir jetzt alle gebraucht. Super. Smart Cover steht. Oh shit, die Sniper rennt. Boah. Ich darf wirklich nicht den Kopf da rausstrecken. Mal eine Granate werfen oder so. Smart Cover. Aber nicht den Kopf rausstrecken. Ist es raus oder was? Ah, ja. Ist gut. Das ist jetzt abgekommen, wa? Ich mach ja nochmal. Na ja, auf der Seite auch. Soll ich jetzt eigentlich immer ein bisschen Boss auf den Schaden machen, ey? Boss auf den Schaden? Boss auf den Schaden. Boss auf den Schaden. Wir müssen die Sniper rennen wegholen, das ist echt übel. Ich bin gerade oben gefallen. Verdammt, wie schnell sterbe ich denn. Das ist die Sniper rennen, die ist da hinten irgendwo. Ich krieg dich hier links. Exakt. Exakt. Ja, mach ich. Exakt. So, wo man steht. Irgendwie müsste man mal versuchen, die aus der Mitte, da sind noch zwei die da rumstehen. Das wäre ganz cool. Zwei. Oh, zwei ist gut. Ja, zwei waren das eben noch. Oh, der Heide. Ah, ist super. Macht ruhig Explo-Money oder Flammen-Money rein. Hm. Die Sniperin macht mich fertig hier. Jetzt ist der Boss hier vorne. Da vorne gekommen der Dicke. Ja, ja. Ja, ja. Oh, fuck. Auch in Ordnung schmeißen. Mal schnell, drei, vier, Kapp. Nur hier bei mir die Wand. Die Sniperin ist down. Shit. Ich komm. Ich steppe wieder. Ich verset wieder. Mach den Weg. Kleinen Schaden. Mein Deathling ist zu weit. Zu weit rein. Ja, wenn du jetzt den nächsten hast, dann gehst du in die Mitte und drehst den Boss einmal. Kann ich machen. Okay. Smart Cover hab ich. Smart Dings hab ich. Deathlink hab ich. Jetzt ist zu spät, ne? Jetzt werden wir wieder weg. Boah. Ist aber noch ein bisschen nett. Ne, der steht immer noch hier vorne. Oh, dort hinter uns. Ja, dann, wenn du einen hast, dann zieh und... Okay, dann zieh ich jetzt raus. Da, da war er. Da, 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 da. Jetzt geh. Ja, du siehst schon, dass ich ein bisschen runterspringen muss und gehe sie noch. Ich bin ja, dass er sich umdreht. Wir brauchen die echte Kämpfe! Na los! Ah, okay. So. Also er hat sich definitiv umgedreht, würde ich sagen. Bis auf ihn. Oh, Wahnsinn. Zack ihn nicht. Und dass der jetzt hier vorne steht. Oh, was zur Hölle. Ich schwätze, ich schwätze, ich schwätze. Ich schwätze, ich schwätze. Ich geh um den Boss. Ich bin noch in der Flick. Gleich. Weil dann, wenn ich nochmal renne, drehe ich nochmal um. Ich geh mal in den Tuch. Ja, ja gleich oder ja hab ich. Ja mach. Ach, Quatsch hab ich gar nicht. Fuck. Ja. Sorry. Vorsicht, Digga. Boah, ich treff den Rucksack so oft, aber der geht einfach nicht hoch. Doch, der geht häufiger hoch. Der, der dreht sich dann noch immer. Oh, ich bin down. Oh. Der überläuft durch sonst hier. Volldruck. Jetzt sind wir bei der Mangel, ganz dicke. Ja. Haben wir jetzt einen Tuch oder gar keinen? Müssen wir. Wir können hier nicht. Spin, spin down, spin down. Spin down. Ich komm, ich komm mal. Ja, ist. Okay, laufen wir oder nicht? Ja, wir laufen, oder? Nein, wir laufen. Ja, wohin? Auf die andere Seite. Ja. Alle Schüsse. Das ist doch super. See you to think too. Ich brauche eine Heilung irgendwie. Haben wir einen Defling? Ja. Hier. Mach schade. Mach schade. Der Boss schade. Alles auf den Boss. Alles auf den Boss. Nice. Ja, Mann. Jawoll. Die Sau. Ruhig, ruhig. Ruhig überleben. Weiter überleben. Weiter überleben. Smart Cover irgendwie. Okay, Smart Cover ist raus. Direkt einer vor uns. Vorsicht. Mach nochmal. Kommt mal alle rechte Seite rüber, bitte. Okay. Dass wir uns hier ein bisschen gemeinsam hinstellen. Mach nochmal Brandpositionen. Mach nochmal Brandpositionen. So, Cover. Sau geil. Link. Meiner sagt gleich ready wieder. Ne, gar nicht. Dauert noch nicht. Tag stark, Jungs. Wo ist er? Jawoll. Geil. So geil. So geil. Und damit ist Clear Sky auf dem Challenge Mode geschafft. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den drei Jungs, die sich mit mir gemeinsam der Herausforderung gestellt haben. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Däumchen. Schreibt mir in die Kommentare. Abonniert meinen Channel, um kein Gameplay mehr von The Division zu verpassen. Und dann bis demnächst. Euer Latan. Euer Latan. Und dann bis demnächst.